Musik 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 Du nimmst eine Gurke Eine Gurke Vaseline Deine Kopf Deine Kopf Deine Kopf Das hört sich an wie eine Beschreibung von einer Herrgeweißigung. Oha, ich glaub das nicht. Ich glaub das einfach nicht. Und denk immer, anal ist gut. Bedenk immer, anal ist gut, wenn Blut ist gut. Ist das Team Deathmatch? Ist das Team Deathmatch? Bitte an André. Also bitte alle Sani, das wär ja mal ganz cool im Dump. Was ist das denn? Niemals. Alle Sani-Wachsen sind verboten, ne? Deine Mama ist verboten. Nein, seine Mama ist ab 18. Unsere Mama sind cool. Die haben wahre Battlefield-Helden geboren, also nichts drüber sagen. Ja, deiner hat mich so. Das wollte ich grad sagen. Deiner hat ernst nah an den Schocken. Halt die Fresse! Dein Vater hat dann hier geschossen, deshalb... Ich hab den Typen, der die Mars geflogen ist, hab mal gemüttert. Hey, warte mal, ich hab den Typen, der zum Mars geflogen ist. Ich hab den Typen, der zum Mars geflogen ist. Man kann im Bettenfiel zum Mars fliegen, ist ja, ich hätte das Volk. Wenn ich da warte, ich sitze dir in der Ecke und warte, ob ich einen Gegner finde, das ist ganz einfach. Du sitzt in der Ecke und warte, bis ein Gegner ist, das widerspricht sich. Du warte, dass er, bis ein Gegner dich findet. Nö, wenn er mal so blöd ist und die Ecke mal guckt und dann keine Kraft. Kevins Motto, er sitzt in Berlin an der Ecke und warte, bis ein Weibrand vorbeiläuft. Na, aber lange war. Naja, lange war es nicht, aber... Aber weißt du, was das Schlimmer daran ist? Ich trau' ihm sogar noch zu. Ja, und? Die Büro. Ein paar Leute fragen nach Kleingeld, er folgt nach Handy-Nummern. Hey, Sander, besser so, als irgendwann bei das Model und das Freak zu enden, so wie du, du Lappen, Alter. Jetzt sitzt du da, äh, kommt doch die Nefro an mir. Da werde ich aber das Model sein, Junge, da werde ich aber das Model sein. Ich wollte gerade da. Au, wie geil. Ich wollte gerade da, weil er bei Gott so macht, er endet da beim... Du kannst sagen, weil er bei Gott so macht, er endet da beim Wechsel, das weiß. Jetzt gibst du ja nix... Gibt's irgendwie... Das haben wir hier einen Nierenversagen, ohne Wisch. Ah, Mann, ha, 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 ha. Was haben wir hier einen Nierenversagen? Ich verstehe heute nur falsche Sachen, Alter. Nierenversagen, der Gehör ist falsch. Nierenversagen. Nierenversagen, das krieg ich öfters zu hören. Also, Leute. Leute, ihr habt immer noch eine Dame hier anwesend. Ja, jetzt benimmt euch gleich, sag mal. Das Händler. Geh, euch ist ja noch, ist nix aus, denn ich bin selber draußen. Du hab mir noch zu nix aus. Ey, danke, danke, Jan, dass du uns auf TI hinweist, aber ich glaub, ihn stirbt jetzt nicht. Junge, egal, bummt's alle weg hier, warte, Remy, Scheiße. Alter, mit ner U-Za! Wow. U-Za? Oha, wa? Mein Vater ist schwul, Mann. Oh, demnach ist aber was falsch, Mann, oder? Oh, Mann, ey, ich kotze gar nicht. Ach, meine Vater, ich bin... Oh, Mann, ey! Oh, Mann, ey! Oh, Mann, ey, es gibt schon alles zu viel hier. Alle guten Dinge sind drei. Hätte dein Vater damals im Zug gewichst, wärst du heute noch unterwegs. Ja, Mann, ey, ich kippe ihn. Von einem Mädchen. Nein. Alter, wie deine Leiche grad extra... Wer ist grad... Wer ist grad gestorben von der Augen? Alter... Ich... Nix. Wie deine Leiche geflogen ist, Alter. Von der Granate, ne? Ja, die ist noch gegen so einen Container geflogen. So voll geil. Hey, bei dir... ...und hier... in erfolgt doch doch wir haben vorliegt mit drei reichen ich hab Bock auf Euro das ist ein wenig ein interessiert gar nicht was du willst ja genau das spielt überhaupt keine Rolle auch wenn du keine Ahnung zu Zerr 100 haben willst nein die gibt es nicht ja das ist mir egal Jan übertreib mal deine Rolle nicht ihr beide habt gar keine Rolle ich hab nicht nur zwei Fotos von dir deine Mama äh bist du nicht der von YouTube krieg grad ne Nachricht ja natürlich bin ich der von YouTube Junge hallo ich bin Feymann 2,5 Abos Jan sich einschleimt ey, nach Dextra 2 mal die gleiche mit und dann noch mal die Map weil er buchen will und dann so Chiay, warum noch mal die Map nur weil sie Brüste hat nein Scheiße naja, Kevin, Kevin, sie hat zwei Vorteile gegenüber ich bin kein Jammerlappen französisch ich bin kein Jammerlappen französisch ich bin kein Jammerlappen ich bin kein Jammerlappen ich bin kein Jammerlappen ähm, Junge, in your face in your Dreckkick äh, Granate ich kotz gleich im Strahl, Junge ein Ringbogen? ja oh, schwanger Vater oh, schwanger Vater oh, schwanger Vater ich wette selbst, äh, Lady Gamer hat nen größeren als Jan oh, schwanger Vater oh, schwanger Vater oh, ha oh, Englisch Moinkill ist in Folge mit nem 2,5 also, das ist, das ist, das, das klingt grade nach nem Beweis das wollen wir sehen haha ja, geh nach ach, bitte ja gib dir in den Rump gib dir in den Rump äh, geh nach geh nach eh ey, müssen du noch immer schreit ausziehen, ausziehen 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 ja, Moment, ich bin schon am schreiben ich glaub nicht, dass euch das was bringt ja nicht in mir da dass er das in der Karte ist echt mit sich der T-Shirt aus die Karte und wenn man die Reise und wenn man ich werde sie sind immer so ein paar ich bin dran das war ja eigentlich wird er auch hier die Anrufe muss mehr werden du musst erst jemand kicken damit wird wieder funktioniert am besten der ganz ohne seine Mama nicht wählen wir haben die Stadtee die Götter mit der Klinik die Städte auch auch mal die Hälfte nicht möglicherweise verschwinden bei den besten Spielern Gegner Team so alle fünf Minuten bei der Kopie die Städte ein weiterer gezeichnet zu haben die dann ist ein weiterer mit dem Weg auf dem FMO-Server mal kurioserweise irgendwelche Leute die gleiche noch mal ja dann gehe ich ins Gegner-Team dann gehe ich ins Gegner-Team warum, dann geht Kevin mit ich kann nix dafür ich kann nix dafür ich renne hier so daher mit Herzchenaugen die ganze Zeit so wie ein Pokémon dieser Rocko so wuhuuu Lady Gamer Juhu, hier bin ich hier bin ich und dann werde ich immer an den Hut geschossen die dreht sich um oh man, so'n love man ich finde das so toll wenn das so mit Danny viel verbunden ist also Bagger viel wollte ich sagen naja ey sag mal so ne die muss man mit Eis drehen wenn man Bagger einführt oh man nein ist alles ok ey Kevin ist schon wieder so'n Spieler verschwunden so so vor meinen Augen so flipp ist er weg er wird in den Boden gerissen und dann hat man noch so Fingerspuren auf dem Boden so Hilfe er wird über die Map gezogen wir müssen jetzt selber um bei der Bermuda-Dreieck Tatsächlich eben war doch ein Film wo ich das gesagt und jetzt sind das einfach nur noch neun ihr seid alle total unkonzentriert gar nix ja du bist grad schuld frag dich mal mal um da ist nur noch so woher da ist er da alter ich glaub da braucht jemand nen Arzt alter ja ich glaub auch da hat sich jemand an Olive verschwunden ich glaub der Alter das hat dir mit mir gebetet nein die Luftwarte hinter dir ja ist auch was du sagst ich kann auch anders halt die Fresse Tobi genau Tobi sei mal nicht so fress